Ich muss sie hier rausbringen. Merit ist weg. Vielleicht schaffe ich es irgendwie, sie hier rauszuholen. Meine Systeme funktionieren wieder. Mehr oder weniger. Lily. Warum hast du mir das verheimlicht? Kilo, was willst du? Was suchst du hier? Ich befreie dich. Bist du gekommen, mich zu töten? Oder mich hier rauszuholen? Such's dir aus. Wollte ich dich töten, hätte ich dich vorher schon getötet. Komm, wir müssen hier raus. Beruhig dich. Der Krieg hat begonnen. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Syndikate mit Technologie verändern. Sie dadurch... menschlicher machen. Aber das war wohl töricht. Allerdings. Danhams Leute haben dir künstliche Erinnerungen eingebaut, deine Vergangenheit umgeschrieben, dein ganzes Leben. So geht jedem Agent. Dir, Merit, allen. Ich dachte, du solltest die Wahrheit erfahren. Danham nahm dir einst das Leben. Willst du ihm das nochmal gestatten? Es heißt er oder wir. Langsam. Komm schon. Vielleicht kriegen wir dich wieder hin. Das wäre nicht schlecht. Ich mein, wir müssen hier auch noch rauskommen. Der Vitruvianer kann dich wieder herstellen, Kilo. Kletter hoch zu ihm. Okay. Ich vertraue dir. Ein letztes Mal. Dann los. Stell mich wieder her. Stell mich wieder her. Okay. Wir können uns wieder verbessern. Hm. Was nehmen wir denn? Hm. Ich weiß auch nicht. Mitgeführte Munition verdoppeln. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder wieder ein Schadensbonus. Hm. Oder wir verbessern nochmal unsere Gesundheit. Ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt. Deswegen würde ich die Gesundheit nehmen. Okay, weiter geht's. Wieder voll intakt. Die Batterieaufladung hat funktioniert. Ich fühle mich wie neu geboren. Los, jetzt gehen wir. Okay. Kommen wir hier so einfach raus? Ich mein, wir sind im Herzen von EuroCorp. Ich bin keine Maschine. Hör zu, Kilo. Die DART 6 ist EuroCorp's wichtigste Software. Denim hat auf jedem Chip einen Einschmelzcode. Er legt einen Schalter um. Und dein Chip und meiner verwandeln sich in 26 Gramm heiße Asche mitten in unseren Köpfen. Wir müssen ihn unbedingt aufhalten. Das hört sich nicht gut an. Scheiße. Und das auch nicht. Mehrere Datenbestöße entdeckt. Keinen Globus Dropships bei Annäherung enttäuscht. Cable Chromant greift an. Uns bleibt nicht viel Zeit, Kilo. Los jetzt! Okay. So sieht's aus, wenn einem was ins Gesicht fliegt. Willkommen im Herzen von Uptown. Der 2025 erbaute ChiproCorp Manhattan-Komplex ist die größte Stadanlage der Erschküste. Gut, ich schaue mich so lange um. Da ist er. Die Turmzugangsbrücke können wir nutzen. Warte einen Moment. Okay. Komm schon, los! Beeil dich! Gut gemacht. Okay, was habe ich für Waffen? Eine Pumpgun. Granaten. Alles klar. Dann rollen wir auf. Ich gebe dir nichts. Schießt die auch auf uns? Oh ja! Ich muss beide Fraktionen wohl ausknipsen. Oh Mann, nicht doch! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Mist! Gehackt, Koppel! Oh oh! Ah, fress das! Bye bye! Noch mehr hier? Nein. Lilly! Die Luft ist rein! So kann man sich täuschen! Ah, welche Seite? Verdammt! Mist! Komm zurück, komm zurück! Gutes Mädchen! Kaum noch Muni! Lass mich vorbei! Den trete ich jetzt in den Arsch! Wohin des Wegs? Arschloch! Okay. Oh oh. Noch mehr. Na gut, wenn das nicht hilft, dann das! Bereit machen zum Ausdruck! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, überzeugt. Gut, der kümmert sich um die anderen. Was ist das für eine Waffe? Dann nehme ich die halt mit. Echo Team, hier Eifer Team. Wie ist euer Status? Over. Echo Team, bitte kommen! Echo Team ist tot. Wer wird die... Wir müssen weiter. Ah, Mann! Fuck! Oh, scheiße! Ah, die wollen's echt wissen hier. Und schon wieder so ein schwer gepanzert. Suizid. Ah, wer ist das? Fuck! Er hat so Schluss mit lustig! Was zum Teufel? Oh. Nice. Auch nicht schlecht. Die Typen haben eine Menge interessante Waffen dabei. Gut. Um die Ecke schießen ist immer besser. Los, Lilly. Wir müssen weiter. Okay, der Turmzugang ist gesperrt. Aber ich sollte ihn hacken können. Dann mach. Bin drin. Überraschung! Ich kann um die Ecke schießen. Ihr auch? Wo ist der? Mist, ich seh nichts mehr. Verdammtes Licht! Viel zu hell! Wirst du mit dem fertig, Lilly? Nicht wirklich. Gut. Oh, Mann. Mach's das? Pass auf! Oh, oh! Eine Drohne! Komm schon, komm schon, komm schon! Um die Ecke schießen hat nicht so geklappt. Ah, 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 ah! Jawoll! Okay. Wow, noch mehr! Okay. Okay. Wo ist der letzte? Oh, nein! Mann, wollen da jetzt auch mal irgendwann mal wieder keine mehr kommen? Oh, oh, shit! Andere Waffe, andere Waffe. Die hier zum Beispiel? Hm. Wesser nicht. Obwohl? Doch. Wow, mit Schild! Oh, oh! Okay. Verdammt, der Licht! Yeah! Ich muss hinter sie kommen. Komm schon! Mist! Oh, oh. Oh, oh. Oh, dieser Kampf ist hart. Ah, komm schon! Jawoll! Mist, 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 Mist. Okay, okay. Jetzt geht's los! Überzeugen wir den mal! Okay. Gut. Das war's. Jetzt aber endgültig, oder? Öffne das Tor, los. Ich hebe die Sperrung auf und öffne den Turmzugang. Gut. Die Tür ist remote gesperrt. Such eine Steuerung. In der Nähe müsste eine sein. Bin schon unterwegs. Da ist sie. Ah, ah. Verdammt! Was ist passiert? Bitte warte. Mist! Mist! Achtung! Eindringling! Oh, oh. Verdammt! Achtung! Eindringling! Oh, fuck! Wow! Okay. Okay. Drohnen! Oh! Okay. Notfallplan. Ich gehe rein und deine Darts suchen sich eine alternative Route. Moment. Da oben wird geschossen. Halt den Kanal offen! Okay. Ich habe die alternative Route gefunden. Mal wieder durch den Lüftersschacht. Ja! Ah! Wo lang? Oh Mann. Da geht's nicht lang. Außer nach unten. Die Tür ist offen. Die Stadt brennt. Oh Mann. Entdecke eine Zugangsbrücke zum Turm auf den Wartungsetagen über uns. Na dann los. Na dann los. Die Treppen sind zerstört. Ich komme nicht ganz nach oben. So wie es aussieht. Wartungsetagen. Achtung! Cayman Global Angriff hat massiven Schaden verursacht. Entdecke mehrere Feuer und zahlreiche Einstürze. Vorsicht ist geboten. Okay. Ja. Hier komme ich nicht drüber. Alternativrouten. Keine. Notausaufzug ist offline. Na dann. Machen wir mal wieder online. Mist. Der Strom passt hier wieder nicht mehr. Okay. Probieren wir es nochmal. Ah. Ich verstehe. Ich muss die richtigen Module hacken. Ah, das war falsch. Nochmal. Oh oh. Wo führt der hin? Sehr gut. Jetzt kann ich den Aufzug nehmen. Nett. Aber kein Problem für den Hackmeister. Wer zum Teufel ist das? Hey. Wollen Sie nicht flüchten? Arbeitet hier noch. Hier geht's nicht weiter. Da. Wieder Strom. Zu Fluss. Sehr gut. Datentransfer. Datentransfer. Okay. Was hat es jetzt gebracht? Nichts. Die Tür? Nicht wirklich. Diesen Kontrollpunkt. Yes. Ich muss es beobachten. Aha. Jetzt verstehe ich. Das wird ein wenig schwierig. Okay. Ah. Mist. Ich glaube doch nicht so gut, wie ich dachte. Hm. Vielleicht so hoch? Ah. Ich verstehe. Ich muss mich einfach nur beeilen. Okay. Und jetzt. Nichts wie rein. Abwärts. Hey, hey. Ich wollte eigentlich nur den Server hacken. Aber passt schon. Ah. Mist. Boah. Die haben einiges drauf. Okay. Zeit für Fehlfeuer. Bye. Bye. Ihr hattet kein Fehlfeuer, oder? Mist. Suizid. Tschau. Gut. Ich tu dir einen Gefallen und mach dich jetzt kalt. Wer bist du denn? Ladeinformationen. Oh, oh. Okay, okay. Ein bisschen Deckung wäre nicht schlecht. Okay. Okay. Wow. Wow, 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 wow. Bye, bye. Fuck. Ich wollte eine Waffe. Eine gescheitere Waffe. Die ist auch nicht unbedingt gescheit. Da, 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 da. Fress das, du hässlicher Agent. Kommt. Okay. Wo steckst du? Komm schon raus, mein Adrenalin. Wartet auf dich. Voll. Oh, oh. Na komm schon. Oh, Mist. Waffen, Waffen. Und zwar diese hier. Oder auch nicht. Nachladen. Upgrade Potential entdeckt. Du dreckiger Penner. Komm her. Und jetzt gib mir dein Chip. Okay. Was nehmen wir diesmal? Nachladen, reduzieren. Na, ich weiß nicht. Oder mehr Schadensbonus. Oder mehr Munition. Mehr Munition wäre auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Erhöhert Energiegewinnung aus allen Quellen. Das ist natürlich auch gut. Okay, das mache ich. Und kann ich besser mit meinen Upgrades arbeiten. Sehen wir hier. Okay. Gut. Das ist es also. Muss ich jetzt zerstören? Nein. Hacken. Das war der Kern? Die Tür ist offen. Alle tot. Wenigstens machen sie mir dann keine Ärger mehr. Entdecke ein Remote-Säuberungs-Protokoll aus Jack Bannams Büro. Einschmelzen sämtlicher EuroCore-Hardware ist zu erwarten. Viel inbegriffen. Oh oh. Dann sollten wir uns beeilen. Wow, wow, wow. Verdammte. Da sind sie. Keine Chance hier. Clowns. Und zwar habe ich eine richtig gute Waffe. Der Agent hat mir eine richtig gute Waffe nämlich dagelassen. Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Bye, bye. Okay, und die anderen mit Fehlfeuer. Was? Oh, komm schon. Er kommt. Er wollte mich doch nicht verarschen. Oh, Mann. Seine Panzerung ist mal wieder richtig dick. Ja, 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 ja. Jawohl. Oh, ich liebe diese Waffe. Wo ist sie? Hey, 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 hey. Okay. Zeit für Suizid, mein Freund. Bye, bye.